Moin Leute, wir haben es wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir uns ein neues, absolut verrücktes 3 Millionen Dollar Fahrzeug kaufen. Außerdem werde ich in diesem Video noch zeigen, wie ihr jetzt sofort 100.000 GTA Dollar bekommen könnt. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen und mach auf jeden Fall die Glocke an, damit du keine weiteren Livestreams oder GTA 5 Videos mehr verpasst. Wir starten rein in das heutige Video. Bevor wir uns jetzt gleich um das neue 3 Millionen Dollar Fahrzeug kümmern werden, zeige ich euch ganz kurz, wie ihr jetzt sofort 100.000 GTA Dollar bekommen könnt. Schnappt euch einfach euer schnellstes Fahrzeug, am besten ein schnelles Motorrad, dann fahrt ihr genau zu dem Punkt hier auf der Map, dort ist das Zeitrennen, als Ziel markiert euch genau diesen Punkt. Und jetzt müssen wir nur noch hier eigentlich in den Kreis reinfahren, einmal starten und dann eben das Rennen in der vorgebenden Zeit und so in 2 Minuten beenden. Und dann bekommen wir unsere 100.000 GTA Dollar. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach den Weg und ihr fahrt die exakt selbe Strecke, dann bekommt ihr ganz schnell eure 100.000 GTA Dollar. Ich mache es ein bisschen in Zeitraffer, damit es zu lange dauert und wir gleich zum 3 Millionen Dollar Fahrzeug kommen können. Let's go! Das Rennen ist im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach. Am Anfang müssen wir einfach quer diese Landschaft hier runterfahren, wie ihr es gerade seht, an diesen Schildern vorbei, bis wir dann eben unten auf der Straße sind. Und dann geht es langsam aber sicher in die Richtung von Wildwood, also Richtung reiche Gegend, in Anführungsstrichen. Dort müssen wir einmal quer durchfahren. Ihr werdet sehen, ich bin während dem Rennen sogar einfach vom Motorrad gefallen, bin dann wieder aufgestiegen und weitergefahren und habe es von der Zeit her trotzdem geschafft. Also ihr seht, Freunde, bei diesem Zeitrennen habt ihr wirklich genug Zeitpuffer übrig. Also wenn ihr runterfallt, ein Unverbaut oder sonst irgendwas macht, einfach wieder aufsteigen und weiterfahren. Das werdet ihr mit Sicherheit trotzdem schaffen. Ich lasse das Ganze durchlaufen, damit ihr den genauen Weg sehen könnt. Und ja, macht das Zeitreif, Freunde, in 2 Minuten 100.000 Dollar. Das kriegt man sonst nirgendwo so schnell her. Jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns mal das neue 3 Millionen Dollar Fahrzeug. Dafür gehen wir zu Warstock. Diese Woche haben wir es nämlich dort einfach im Angebot. Und es haben sich mehrere Leute gewünscht, dass ich mir das kaufen soll und mal eben für euch antesten soll. Das Fahrzeug können wir jetzt hier sehen. Der Scharnobock ist von 3,3 Millionen, glaube ich, jetzt auf 1,9 reduziert. Also hat einen Normalpreis von über 3 Millionen, passen ja 2 Personen rein. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was dieses Teil hier kann. Es sieht wirklich schon extrem krass aus. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr nicht das Fahrzeug kauft, dann müsst ihr auf jeden Fall in eure Basis gehen. Denn dort wird das gute Teil gelagert. Hier könnt ihr sehen, das hier ist unser riesiges neues 3 Millionen Dollar Fahrzeug, der Scharnobock. Wir werden jetzt mal einsteigen, werden es mal ganz kurz auftunen und dann damit mal ein bisschen die Straßen unsicher machen. Was natürlich auf den ersten Blick direkt auffällt, ist, dass es riesig ist, dass es 8 Räder hat. Und dass es hinten drauf extrem, extrem viele Raketen gelagert hat. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier tunen können. Ich gehe mal ganz kurz in die Werkstatt rein und dann gucken wir mal. Beim Tuning sind eigentlich die ganz normalen Sachen. Panzerung und so weiter. Ich würde sagen, wir tunen das mal ganz kurz auf. Bremsen natürlich ganz nach oben. Motor genauso. Hupe brauchen wir nicht. Lichter machen wir auf jeden Fall die Xenon. Schaden wir einfach drauf. Design haben wir ein paar coole Designs. Okay, ja, relativ viele Sachen im Camouflage-Look. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir auch so ein. Das passt zum Fahrzeug einwandfrei. Dann haben wir Nummernschild machen wir gelb auf schwarz. Lackierung würde ich sagen, lassen wir genau so. Das sieht schon, ja, gut böse aus. Getriebe, natürlich Renngetriebe, damit der Wagen auch ein bisschen schnell fährt. Turbo packen wir natürlich auch drauf. Reifen, da ist jetzt hier die Frage. Reifenqualm ist eigentlich unnötig bei so einem Fahrzeug. Ich meine, damit kannst du zu kein Tuning-Treffen gehen. Machen wir trotzdem mal einfach zum Flexen. Lila Reifenqualm drauf. Das passt. Reifenverbesserung. Natürlich schussige Reifen. Das ist wichtig, vor allem bei Militärfahrzeugen. Was haben wir noch? Fenster machen wir ganz dunkel. Und ansonsten wäre es das gewesen. Das ist das Fahrzeug. Wir sind fertig. Wir gehen damit auf die Straße. Dieses Fahrzeug, meine Freunde, ist im Prinzip ein ganz besonderes Teil. Erstens, es ist verdammt groß. Und zweitens, ja, kann es eben ziemlich coole Spezialfunktionen. Ich werde es euch gleich zeigen. Zunächst müsst ihr wissen, wenn ihr mit diesem Fahrzeug gegen andere Autos rammt, dann kann es gut vorkommen, dass die anderen Autos einfach explodieren. Das kann einerseits ein Vorteil sein, andererseits, so wie jetzt hier gerade, auch ein Nachteil, weil euer Fahrzeug dann selber irgendwann anfängt einfach zu brennen. Ich werde euch gleich mal zeigen, was man mit diesem Fahrzeug noch alles so anstellen kann, denn das ist wirklich heftig. Bevor wir jetzt diese heftigen Waffen benutzen können, sollten wir erstmal ganz kurz die Stützen ausfahren. Das machen wir mit Steuerkreuz rechts, damit der Wagen jetzt gleich bei dem Rückstoß dann irgendwie nicht vor- oder zurückrollt. Jetzt können wir aussteigen. Ja, jetzt gehen wir eben vorne aus dem Fahrhaus raus, halten Dreieck gedrückt. Und jetzt müsste er eine Tür weiter hinten einsteigen und wir können jetzt endlich unsere Raketen hier benutzen. Bei der Playstation könnt ihr wie jedenfalls mit dem rechten Stick hier hoch, runter, rechts und links natürlich hin und her zoomen oder hin und her zielen und ganz normal mit der Einzieher Raketen abfeuern. Ich habe mich jetzt mal hier gerade eben an die Straße platziert, damit hier ein paar Fahrzeuge kommen. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir auch mal hier ein paar Raketen abzufeuern. Ihr seht schon, wir können hier ziemlich viele hintereinander schießen. Problem ist nur, dass wir nicht nach unten zielen können. Wir können nach oben gehen, okay. Aber hier geht es nicht weiter. Das heißt, wenn ihr niedriger als das hier, können wir sozusagen nicht zielen. In dem Fall kann ich jetzt gerade die Autos vor mir gar nicht treffen, was ein bisschen blöd ist. Ihr könnt hier jedenfalls hin und her switchen mit Vier zwischen Raketen und Raketen umgelenkt. Also Eier eins und beiden könnt ihr benutzen, je nachdem wie gut ihr seid oder wie es euch eben lieber ist. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall mal einen Helikopter anvisiert. Hier könnt ihr sehen, den können wir problemlos treffen. Eine Rakete und das Teil ist direkt kaputt. Aber wie gesagt, wenn es hier um den Bodenkampf geht und darum geht irgendwie Autos auf relativ niedriger Höhe zu treffen, dann ist das Teil ziemlich schwer zu steuern. Nächster Heli kommt. Wie gesagt, in der Höhe sollte das eigentlich kein Problem sein. Der Heli ist auch wieder kaputt. Wir können uns einmal umdrehen. Da ist wieder der nächste. Einmal anvisieren. Zack, auch kaputt. Wie gesagt, gegen Luftfahrzeuge extrem, extrem gut. Aber halt gegen Bodenfahrzeuge irgendwie nicht so sinnvoll. Zusammenfassend kann ich eigentlich sagen, dass das Fahrzeug trotzdem extrem Spaß macht. Ich meine, so ein riesiges Teil mit so den meisten Waffen gegen Luftfahrzeuge extrem hilfreich. Gegen Bodenfahrzeuge jetzt nicht so. Wenn ich da einen Fehler gemacht habe oder wenn ich dieses Fahrzeug gegen Bodenfahrzeuge falsch genutzt habe, Freunde, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ihr wisst ja, ich bin kein PvP-Spieler. Ihr dürft mich da gerne korrigieren, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Wollt es trotzdem testen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeige ich es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Gönnt euch das Fahrzeug, wenn ihr das Geld habt. Wie gesagt, 1,9 Millionen diese Woche noch reduziert. Heute Abend vorne 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Wenn ihr Mams, bis dann, macht's gut und ciao.